Marek, wenn ich jetzt die eine Schnecke Leo nenne, wie du das gerne wolltest, dann hast du gerade gesagt, du kommentierst das Video dann. Kommentierst du dann das Video? Mein hübscher kleiner Lukas und mein hübscher kleiner Leo essen zusammen Salat. Ja, ich werde noch einige Videos hochladen, da hat der arme kleine Leo noch gar keinen Namen. Aber mein Neffe hat am Weihnachten gesagt, ich soll ihn Leo nennen, nachdem ich ihm ein Video gezeigt habe von der kleinen Schnecke ohne Namen. Da habe ich gesagt, wie soll die denn heißen? Und dann meinte mein Neffe zu mir, nenn ihn doch Leo, das ist der zweite Vorname von meinem Neffen. Und da habe ich gesagt, okay, das mache ich. Und das kleine Gesicht da, was da gerade so schön an dem Salat schnambuliert, das ist der kleine Leo. Und er sitzt neben dem hübschen, hübschen Lukas, der ganz dunkel ist. Ja. Das ist schön. Sollt ihr dann auch gemütlich zusammen sitzen und Salat essen. Ich mag meine Schneckis. Das sage ich in fast jedem Video. Und da sitzt noch ein Sweetie Bruder und da hinten hinter ist noch jemand. Und da kommt eine Sweetie zum Essen. Und da ist die Prinzessin. Sie war gerade beim Trinken. Sonst sind hier überall noch ganz viele Schnecken versteckt. Aber ich mag meine beiden da. Und der kleine Schuh niedlich. Wie er da sitzt mit seinem Hasenlöchel und Salat isst. Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Wie sind es jetzt ihr sechs Gerät her und deinen Hübschen, dass wir unsitaus auch haste. Abonniert uns is mir warm und am besten nicht mehr. Ihr habt. Untertitelung des ZDF, 2020